Dennis, was sind eigentlich deine fünf weiblichen Vorbilder, die nicht deine Freundin oder Mutter sind? Neulich wurde ich von Freundinnen genau das gefragt und die meinten, tatsächlich wäre es wohl schwierig für Männer, darauf eine Antwort zu finden. Ich glaube, dass es tatsächlich über Jahrzehnte etwas einfacher war, vielleicht männliche Vorbilder zu haben. Von Sokrates über Goethe, Gandhi, Martin Luther King bis zu den Actionhelden der 80er Jahre. Doch ich finde, es ist an der Zeit, dass auch wir Männer weibliche Vorbilder haben sollten. Denn von Frauen können wir schließlich einiges lernen. Was meine weiblichen Idole sind und was ich an ihnen inspirierend finde, das erfährst du in diesem Video. Hat sich denn wirklich was getan? Hat sich das auf die Straße gehen gelohnt? Oh ja, oh ja. Dr. Jane Goodell. Dr. Jane Goodell ist für mich einer der inspirierendsten Menschen auf dem Planeten. Um die Schimpansen in den Dschungeln Afrikas zu erforschen, lebte sie für mehrere Jahre zusammen mit ihnen und lernte von ihnen. Anders als ihre Forscherkollegen die Tiere mit Zahlen identifizierten, gab Jane Goodell den Affen Namen und baute emotionale Bindung zu ihnen auf. Zu ihren bedeutendsten Entdeckungen gehört, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen und dass sie auch ein komplexes Sozialverhalten zeigen. Ich finde, wenn man Jane Goodell zuhört, wenn sie spricht, dann hört man ihr die Leidenschaft zu diesen Tieren einfach an. Und sie selbst sagt auch immer in Gesprächen und in Interviews, dass sie die schon immer hatte, dass diese Leidenschaft für die Tiere, dass ihr die mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden ist. Besonders beeindruckend fand ich folgende Stelle in einem Interview mit Laura Marlina Seiler. Sie hat sich da draußen also verliebt in die Wildnis und vor allem in die Tiere. Und dieser Moment, wo sie wusste, okay, ich muss jetzt hier los, um der Welt davon zu erzählen, um zu zeigen, dass es hier etwas gibt, das wir schützen müssen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr emotionaler Moment im Interview und das ist auch der Moment, wo sie sich verletzlich zeigt. Von ihr stammt auch das Zitat, das Mindeste, was ich tun kann, ist für die zu sprechen, die nicht für sich selbst sprechen können. Ich finde es krass, wenn man auf ihr Leben zurückblickt und sie ist jetzt schon fast 90 Jahre alt, dann sieht man eine Frau, die sich einer Sache verschrieben hat und auch für diese eine Sache nach wie vor gekämpft hat und auch kämpft. Und aus dieser Perspektive finde ich das faszinierend, dass man so lange da dranbleiben kann, ohne die Hoffnung zu verlieren, ohne auch abgelenkt zu werden von anderen Möglichkeiten des Lebens, sondern wirklich zu sagen, ich gehe jetzt diesen einen Weg, denn das ist für mich der Richtige, das fühlt sich richtig an. Im selben Interview erzählte sie auch, dass sie keine Angst vor dem Tod hat, dass sie das Ganze sogar eher als eine spannende Erfahrung sieht, denn keiner weiß schließlich, was nach dem Tod passiert und dementsprechend ist es doch eigentlich faszinierend, sich auch mal da auf die Reise zu begeben und zu gucken, was passiert am Ende danach. Und ich finde diese Furchtlosigkeit und diese Gelassenheit, dieses Annehmen, so wie die Dinge sind und natürlich auch ihren ungeheuren Mut, das hat auf jeden Fall meinen vollsten Respekt verdient. Wer mehr über Jane Goodell und das Leben mit den Schimpansen erfahren möchte, dem empfehle ich die 90-minütige Dokumentation Jane von National Geographic. Und da bekommt man nochmal ganz andere private und intime Einblicke in das Leben und Wirken. Ich erinnere mich, als ich Hunger Games machte, dass niemand eine Frau in einen Aktion-Movie in den Lied. Ja, da würde ich nicht ganz so mitgehen. Jennifer Lawrence war mit Sicherheit nicht die Erste. Und ich denke da vor allem an Sigourney Weaver in Alien. Sigourney Weaver in Alien. Bereits 1979, da kämpfte Sigourney Weaver in Alien gegen eine fiktive, endoparasitoide, außerirdische Spezies. Und das macht sie ganz schön badass. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass die meisten Protagonistinnen in den Superhelden-Filmen dann einfach schon ab Minute 1 die absolute Superpower haben. Während wir in Alien mit der Figur von Ripley einfach einem normalen Menschen begegnen, der sich in einer Situation wiederfindet, in der wir uns auch wiederfinden könnten. Nämlich auf einem Raumschiff irgendwo in einer entfernten Galaxis. Ihr wisst, was ich meine. Es geht eher darum, die Figur, die ist relatable. Man kann einen Bezug herstellen, weil auch sie Angst hat. Sie hat auch menschliche Züge. Und das wird vor allem in der Fahrstuhlszene deutlich. Hier sehen wir Ripley. Sie ist verschwitzt. Sie ist erschöpft. Sie hat Angst und sie muss ihre Kräfte wirklich sammeln. Und in dieser Szene hier, da nimmt sie sich sogar kurz die Zeit, mental Kraft zu sammeln, um dann mit voller Stärke und entschlossen den Fahrstuhl zu verlassen und sich auf in den Kampf zu machen. Sigourney Weaver hat hier in Alien sehr früh gezeigt, dass es auch eine gute Idee sein kann, mal eine Frau in einer Hauptrolle zu besetzen. Und auch eine Frau, die das Faustdeck hinter den Ohren hat. Angela Merkel. 16 Jahre lang die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und lange Zeit mächtigste Frau der Welt. Natürlich darf sie in so einer List sicher nicht fehlen. Es geht aber weniger darum, um ihre Machtposition in der Welt, als vielmehr, wie sie als Frau auf mich gewirkt hat. Zunächst einmal sei gesagt, es gab auch kritische Stimmen, die gesagt haben, Angela Merkel hätte es auch nur so weit geschafft, indem sie das Frausein mehr oder weniger abgelegt hatte. Das wurde dann damit begründet, unter anderem durch die Kleiderauswahl. Sie hatte ja immer ihr bekanntes Jackett an und da konnte man jetzt keine Kurven oder besonders feminine Attribute ausmachen. Und so hat sie auch schon durch ihre Gestaltung, durch ihre Auswahl der Kleidung das Frausein abgelegt. Aber auch wie sie wirkte, entsprach nicht dem Bild der Frau. Sie werden es nicht glauben, ich habe heute früh vor meinem Kletterschrank gestanden und irgendwie gedacht, rot geht nicht, knallgrün geht nicht, blau war gestern. Was machst du? Und ich meinte, blaues Jackett war gestern. Ich sehe das kritisch, weil ich glaube, dass gerade Besonnenheit und eine gewisse Diplomatie und auch eine Abgeklärtheit durchaus zu einer Frau passen können und auch eine Frau genau das ausstrahlen darf. Sie ist selbstsicher, sie ist kommunikationsstark und sie ist resilient. Und genau deshalb konnte sie sich in einem männerdominierten Umfeld auch immer durchsetzen. Es gab ja solche Provokationen von Putin, dass sie eingeladen wurde von ihm und dann ein Hund im Raum platziert wurde, obwohl Putin wusste, dass Angela Merkel Angst vor Hunden hat. Und solche Dinge. Und damit ist sie gut umgegangen. Das hat sie immer gut gemanagt, solche Situationen. Ihre ruhige und abgeklärte Art und auch immer auf Konsens bedacht zu sein und miteinander zu sprechen, selbst wenn es einmal schwierig wird, auch international gesehen, das hat mich sehr inspiriert und das hat mich auch mich selbst irgendwo in ihr wiederentdecken lassen. Denn auch ich bin in meinen persönlichen Beziehungen so, dass ich sage, ich möchte eigentlich immer einen Konsens kreieren. Also selbst wenn es mal heftig zugeht und wir debattieren, dann möchte ich, dass man am Ende zu einem Ergebnis kommt, wo man sagt, hey, vielleicht gibt es ja wenigstens in diesem Punkt irgendwie etwas, wo wir übereinkommen können, sodass man auch was aus dem Gespräch mitnimmt. Dass man lernt und auch offen ist, um eine Position zu überdenken. Und ich finde, das hat Merkel gemacht wie keine Zweite. Meine Deutschlehrerin. Ich muss zugeben, und ich glaube, das fühlen viele von euch, die meisten meiner Lehrerinnen und Lehrer, ja, das waren jetzt nicht so die Motivationscoaches und ehrlich gesagt oft auch ganz schöne Schlaftabletten. Und dementsprechend fiel es mir auch nicht schwer, morgens auch einfach mal ein bisschen länger lieben zu bleiben im Bett und so spät zur Schule zu kommen oder ja, im Unterricht sitzen, dann auch die nächste Pause herbeizusehen. Doch dann gab es da eine Lehrerin, bei der bin ich pünktlich aus dem Bett gekommen. Und das war meine Deutschlehrerin. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als sie sich immer vor der Notenvergabe vor uns entschuldigte und meinte, dass das immer der unangenehmste Part sei und sie uns eigentlich gar nicht gerne auf die Noten reduziere, das System das nun mal aber verlange. Die wichtigste Botschaft vermittelte sie aber schon in der ersten Stunde und die ging mehr oder weniger so. Ich soll mich jetzt mit euch durch den Stoff arbeiten. Für mich ist es aber nicht wichtig, dass ihr all das hier auswendig lernt, sondern das Ziel ist eigentlich, dass ihr lernt zu hinterfragen, dass ihr lernt, die richtigen Fragen zu stellen. Können wir das nicht vielleicht auch anders betrachten? Gibt es dazu nicht noch eine andere Perspektive? Sie hat also ihre Mission darin erfüllt gesehen, wenn sie uns gelehrt hat, reflektiert und kritisch zu denken. Und ich glaube, das ist eine super, super wichtige Fähigkeit, gerade jetzt, wo Informationen auf uns einprasseln und wir unterscheiden müssen zwischen wahr oder falsch und Dinge in Kontext einordnen müssen. Das ist eine Fähigkeit, bin ich so dankbar, dass sie mir damals den Spiegel vorgehalten hat, weil auch ich war noch so ein bisschen sehr fremdgesteuert und habe Gedanken, die ich ganz gut fand, dann einfach gerne kopiert und gesagt hat, das klingt jetzt gut, das übernehme ich jetzt einfach mal die Meinung. Aber wirklich den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, wie es Kant ja beschrieb, das hat sie uns beigebracht. Und dafür bin ich ihr super dankbar. Und ich respektiere sie auch dafür, dass sie neben ihrer sprachlichen Eloquenz auch einfach den Mut hatte, für ihre Werte und für ihre Überzeugung zu stehen und zu sagen, das ist etwas, was ich euch näher bringen möchte. Das war ihr nicht egal, sondern sie hat gesagt, ich möchte, dass hier etwas passiert in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, jeder, der einsteht für seine Werte und für seine Überzeugung, ohne zu manipulativ dabei zu werden, sondern eher mehr oder weniger es einem selbst zu überlassen, ob man die Reise mitgeht, das finde ich ist etwas, das ist sehr selten geworden. Und deswegen haben wir sie auch verdienterweise mit dem Deutschen Lehrerpreis dann ausgezeichnet. Wir haben sie also nominiert, weil wir sie als Klasse einfach super fanden. Und sie hat dann tatsächlich, das war dann auch ein paar Jahre, ich glaube, sie ist dann ein paar Jahre danach auch in Rente gegangen, da hat sie dann nochmal den Deutschen Lehrerpreis bekommen und ja, den haben wir auch auf jeden Fall ihr gegönnt. So Freunde, das war ein Auszug von Frauen, die mich inspiriert haben auf meiner Reise zum Mensch werden und Frauen, die mich auch immer noch inspirieren. Ich glaube, dass wir grundsätzlich mit weiblichen Vorbildern in unserer Gesellschaft Rollen aufbrechen können und auch neu denken können und dass vor allem Männer davon profitieren können, auch weibliche Vorbilder zu haben. Jetzt würde mich aber mal interessieren, was sind denn eure weiblichen Vorbilder? Ob ihr Frau seid, Mann oder irgendwas dazwischen, lasst es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Wer hat euch am meisten inspiriert? Und dann sehen wir uns ja schon ganz bald wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.